Name your game Wie gesagt, den Kooperationsmodus brauchen wir nicht, wir spielen alleine und gucken uns das jetzt mal so an. Beliebige Knopfdrucken? Keine gute Deutsch? Was müssen wir denn tun? Okay, ich habe es verstanden. Lol. Hier wird eine Brücke gebaut, genau. Und die muss lang genug sein, aber nicht zu lang. Ah, jetzt haben wir es. Nice game. Oh, perfekt. So kriegt man seine Punkte, aber ich sehe schon, das wird schwierig. Wir haben jetzt nicht mal Bronze. Das hätte schon zu weit sein können, war es aber nicht. Uh, das war knapp. Können wir ruhig ein bisschen länger bauen. Schön. Ah, jetzt läuft es. Also Bronze haben wir schon mal. Mein Ziel wird sein Silber. Nice. Vielleicht wird es auch besser. Das kann man ja nie so genau vorhersagen. Oh, yeah. Jetzt läuft die Kombo. Dreifach-Kombo. Vierfach-Kombo. Oh, jetzt ging es mega schnell. Das habe ich nicht berechnet. Bin ich ein bisschen aus dem Rhythmus. Oh, oh, oh. Oh, das war zu wenig. Aber wir haben schon Silber erreicht. Und da machen wir gleich weiter. Perfekt. Nice. Uff. Das war ja knapp. Das ist ein mega nice Spiel. Aber es braucht ein bisschen Skill. Oh, ja. Schön. Ist zwar ein bisschen zu weit. Ist auch. Wiederum besser. Ja, mir ist es natürlich lieber, wenn die Plattformen größer sind. Ist eh klar. Aber wir approachen Silber. Und jetzt kommt ein paar schwierige. Oh, das ging gut. Ging auch gut. Oh nein. 3035. Ja, mal gucken. Wir machen noch ein bisschen weiter. Wir müssen eigentlich zu Beginn sehr viele sehr gute schaffen. Um hier einen neuen Rekord aufzustellen. Das war jetzt schade. Wir sind immer ein bisschen zu weit. Wir sind immer ein bisschen zu weit. Wir sind immer ein bisschen zu weit. Nein, wie kann man hier scheitern? Das gibt es doch nicht. Ich mache natürlich weiter. Ich mache natürlich weiter. Oh Gott. Oh mein Gott. Wie blamabel. Weiter geht's. Oh Gott. Ich bin voll draußen. Konzentration. Jetzt geht's. Oh ja. Oh. Geh weiter so. Nein. Das hat so gut begonnen. Das ist ja frech. Digga. Oh yeah. Bis jetzt geht's noch. Meine Combo ist nice. Dreifach. Vierfach. Fünffach. Nein. Bisschen zu weit war's. Ich mag das Spiel. Nicht zu weit jetzt. Oh. Das war schwer. Glück gehabt. Uff. Nein. Doch geht. Ich bin immer ein bisschen nervös kurz vor einem neuen Highscore und das ist zu weit. Ah. Jetzt habe ich es wirklich verschrien. Natürlich probieren wir es nochmal. Glück gehabt. Gut. Gut. Nochmal gut. Das ist schön. Das war beinahe zu weit. Hier war schön, die Kombo. Wieder schön. Fast ein bisschen zu weit. Hä, warum kommen da nur noch so asoziale Dinger? WTF, wir sind noch gar nicht so weit im Progress. Ah, es ist schon schwer. Fast zu weit. Immer ein bisschen zu weit jetzt momentan. Jetzt passt es wieder. Uff. Fast zu weit schon wieder. Oh nein. 3,895. Das war ein guter Highscore, aber wir probieren es noch ein paar Mal. Good. Gutes Spiel. Nee. Komm. Ja, das ist doch nice. Knapp. Wir sind gerade ein bisschen am Strugglen. Hier ist das nochmal ein bisschen. Ein bisschen. Das ist ja noch ein bisschen. Minimal zu lang. So. Off. So. Oh. 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 So. Oh. Oh. Ah. Irgendwie geht es immer, aber halt nicht so optimal. Ah, jetzt sind die Kombos am Start. Jawoll. Ah, es war ein bisschen zu weit, wieder zu weit, fast zu weit, ich hatte schon Schiss. Oh, nice. Puh! Ah, Kombo. Wieder Kombo. Nein, das ist zu weit. Oh, so knapp. Einmal machen wir es doch. Sehr, sehr schön. Gut. Perfekt. 30. Ne, das war zu weit. Ne, also so können wir nicht gehen. Da muss mindestens ein 3000er Score her. Sonst mache ich das nicht mit. Oh. Ja, schön. Schöne Kombo. Ein bisschen zu weit. Plus 30. Oh, war das knapp. Schade. Kommos sind hier halt auch wichtig, ne? Oh, sehr gut. Gut. Es läuft aber hier. Nein! Okay, einmal noch. Aber das allerletzte Mal. Uff. Das schon so anfängt, lässt das nichts Gutes erwarten. Trau doch. Zu weit. Gut. Sehr schön. Ah, die guten Kombos. Die sind aber start. Nein. Immer wenn ich mich lobe, dann verkacke ich danach. Oh, das war fast zu kurz. Das ist zu weit, aber wir belassen es dabei. Ja, das war Lava Brückenbauer. Ein sehr, sehr geiles Spiel, wie ich finde. Probiert es unbedingt mal aus. Und das war es eigentlich auch schon wieder mit einer weiteren Folge von Thirteen One Game Collection Volume 1. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank.